Die ersten Automer Rallye in Winterfright. Dazu trafen sich am Sonntag etwa 70 Autobegeisterte mit ihren Fahrzeugen. Alle Klassiker-Liebhaber sind hier willkommen. Wir versuchen immer eine schöne Veranstaltung zu machen, wo jeder mitmachen kann. Der Start ist gut verlaufen, das Wetter ist gut. Und so sehen wir das natürlich gerne. Nach dem gemeinsamen Frühstück sprangen gegen halb elf die ersten Motoren an. In kurzen Abständen gaben die Teilnehmer nacheinander Gas, um die 130 Kilometer lange Route zur Bewältigung. Auf deutscher Seite ging es zum Beispiel durch Reden.